Moin Leute was geht und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Ruthless Boss Wir spielen Battlefield 4 Siege of Shanghai Eroberung Sorry für den Netzwerkleistungsgraf oben links in der Ecke Ich weiß nicht ob ihr das Menü gerade seht was ich auf habe Aber egal, ich mach nämlich gerade Musik an So Ich mach eben schnell den Netzwerkleistungsgraf aus So natürlich hier die klassische Battlefield 4 Musik Fuck ok das bringt mir nichts So So Ja ok gut gemacht Hab keinen Bock zu laufen deswegen verlege ich mich nochmal eben schnell Ach du scheiße leck meine Verbindung ok ich soll das mit der musik lassen als gott zwar da verleckt noch eingemessert was hast du für eine marke geben eine marke keine eklige die habe ich nämlich schon er hat jetzt nicht ehrlich ok er opfert nur so den besten hier leben spiel für ein spot nein ich hätte sogar noch 100 prozent leben obwohl ich den geht es habe alles klar die verbindung dass du so schön leckst du sagt dicker schon wieder diese drückte mir worden ist warum neckt das denn man pdw r 90 keine ahnung ich glaube ich bin shotgun seit dem update was eben gerade für playstation rauskam neckt ist bei mir hart ist aber geil ne gib mir türkis das hola lackte gamer das war nicht so viel lack manche du bist so witzig mal wieder das reicht einfach ich bin von jay gedrückt bekommen hm mein dein gesicht gut dafür auf jeden fall was die welt ein stückchen besser gemacht die tür geht so auf der anderen seite guckt euch oben der rechts bei diesem wohl an die orangen scheiß nicht gut warum ist meine verbindung kacke scheiß ich habe den von 60 klassischen rainbow pink Jürgen einfach niemandem was oder labert du dreckiges Stück scheiß leider schämlich schande über dich mein Gott ja ich hoffe ich spiele halbwegs gut man spiele eh schon schlecht immer oh mein Gott okay 3 2 ok es geht noch arbeit gepiekt dann nehme ich mal ein mal einfach ruhig einwändig hinter dich laufe da ist ein Typ los komm russ kämpft doch nicht auch du kleine pussi komm doch her fast tot so so easy whoo shotgun for the win also schon irgendwie komisch dass es bisher geschafft hat und das haus jetzt schon zusammenbricht was sind da los und die runde hat nicht mehr begonnen und die scheiße also scheiße legt das dabei ich werde es sein der es wieder einnimmt ok so lange man fängt jetzt wieder normal zu werden ok wenn ich jetzt der lagmann oder warum konnte mich treffen so überspringen wir die ganze unnötige scheiße ich lauf rum sterbe ja noch wiederum ja sterb wieder ja wechsel wieder klassen lauf rum down panzer fass sterbe wieder lauf wieder rum töt jemand sterbe wieder lauf rum sterb wieder lauf rum bisschen schießbisschen sterb wieder lauf wieder rum so töt jemand töt jemand bin da und fast kämpft bisschen rum ersterb wieder vorne dem flagger ein schießt auf dem panzer töt jemanden sterb wieder lauf rum töt zwei klau deren waffen klau deren waffen wird vom panzer geblockt panzer stirbt ich überlebe ich schwimme rum lauf an land stehe töt jemanden mach etwas kaputt lauf rum töten adbot lauf rum ich steppe wieder wechsel wieder klassen ärgere mich darüber dass ich keine aufsetzen habe sterb wieder sterb wieder sterb wieder sterb wieder so das war es ne im laufe des videos bin ich noch relativ oft gestorben ich will euch jetzt mal die scheiße nicht gönnen hab deswegen mal den rest einfach weggelöscht lasst eine positive bewertung da und wenn es euch gefallen hat und wenn nicht lasst eine positive bewertung da und ja würde ich meinen sehen wir uns beim nächsten mal Hrrr! Pfff!